Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. So, ich bin der große Bruder und deswegen sage ich, dass du heute auf unseren kleinen Bruder aufbaust, okay? Sag mal, wie redest du mit mir? Weißt du nicht, ich bin der beste Kickboxer auf der Welt. Sehst du nicht hier? Sehe ich aus wie ein Babysitter, aber? Ja, natürlich. Du Arsch. Selber. Geh mal ganz schnell, ja? Na, Bruder, fleißig im Turnier. Hast du schon gehört? Der Großmeister ist in der Stadt. Der Meister aller Kampfkünste. Ich bin doch der Stadt. Das habe ich aber anders gehört. Er hat bis jetzt jeden in jeder Stadt besiegt. Okay, kämpfe ich gegen ihn. Okay. Stopp! Oha, du. Ihr habt jetzt frei. Was? Hallo. Hallo. Ich habe schon ein Ohr gehabt, dass du gegen den großen Meister der Ringebong kämpfen möchtest. Ja, als ich bin hier reingekommen bin, ich habe keinen Bock mit euch zu lernen. Dann musste mein Freund deine innere Mitte finden. Wo? Bei Meister Zoo. Und bist du fit für den Kampf? Natürlich. Du kennst alles. Denkst du besiegst ihn? Natürlich. Na, wir werden sehen. Ich habe viel von dem anderen gehört. Hi! Was macht ihr hier? Wir heiraten die Gewinner von Wettkampf. Wo ist jetzt meine Gegner? Da kommt er. Sollen wir es uns wachen? Du wirst es schon sehen. Der hat es in sich. Sollen wir es schon sehen. Die Scherm ist lang. Warum nicht? Es ist doch klar, ob es ist. Ja, hier bin ich! Ja, hier bin ich! Ja, hier bin ich! Ja, hier bin ich! Ach du... Was das? Wir sind die Champions. Wir sind die Champions. No time for losers. Wir sind die Champions... ...of the world. Wir sind die Champions. Wir sind die Champions. Wir sind die Champions.